Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Let's Play Granny Smith Ja, ich glaube das müsste jetzt das erste Video auf dem Kanal sein, ich bin mir aber nicht sicher Und es gibt zwei Personen auf dem Kanal, also ich spiele jetzt erstmal Granny Smith Ja, also fangen wir mal an So, get the apples before the thief does Okay, jump Press, okay Press Press Oh, schon die Pro-Gamer in dem Spiel hier Oh, da trat er wieder Sprung, zack, so Sprung, zack Also ich glaube, alle zwei bis drei Tage wird es ein Granny Smith Video geben, ja So, Sprung Nein Ja Oh, das war knapp, ey So, gleich geht das, Freunde So, gleich geht das, Freunde So, grab Und zack, haben wir den Dieb überholt Und sprung Und sprung Grab, so Das war Glück Zack, sprung Und grab Zack, so Gewonnen Zack, ich bin schon Pro-Gamer Die erste Mal erst gespielt, ey Mal einmal ganz laut machen, aber ihr werdet mich nicht hören, aber ich liebe diese Musik Die ist so einfach nur geil, die Musik Sprung Sprung Und Sprung wieder Sprung Oh, perfekte Grab Ah, irgendwie meine meine Sprung Drehung Grab Und so Grab Grab So Und Grab Grab Sprung Sprung Da haben wir den Abfrischern, okay Und Gewonnen Attgebaut Das hat er sich Ich sage doch, ich bin Pro-Gamer Das war ein Böller Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt Wir haben den, äh Ich bin auf Lade Wir haben den 12.12.2012 Und die schießen jetzt schon mit Böllers Ja Heftig, meine Freunde, da kriegen junge Leute einen Herzinfarkt, so wie ich. Ob ich mich erschrocken habe, nee, 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 darf es nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, ob man das hört auf der Aufnahme, aber wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Sprung. Sprung und Apfel und Slug. Ey, guck mal, ich bin vor wie immer. Dim 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 dim. Wie er aussieht, ey, der. Wie so ein Harald Schmidt. Haha. So, zack, Sprung, Apfel. Boah, das war knapp. Und Sprung und... Boah, das war eigentlich Rap. Apfel. Das war doch gut. Und nochmal den Holbein, halt, okay. Ah, klar, locker, easy. Dim dim dim. Dim 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 dim. Los, jetzt hier. Zack. Also, wenn sich meine Stimme ein bisschen komisch anhören, ich wohne, ich bin erkältet. Oh. Woop, zack. Okay. Oh, look at that. Zack. So. Ey, was ist das? Ich bin Pro-Gamer. Leute, ihr könnt nix. Jedem mit einem Zug direkt drei Level, ey. Äh, direkt drei Äpfel Level. Ne, ne, ne. Und zack. Ah, boah. Jetzt hab ich gedacht, ich fail. Uuuuh, scheiße, jetzt hab ich gefällt, glaube ich. Ah, Mist. Ah, schon gefällt, ey. Scheiße, die. Die haben uns den Apfel geklaut. Ja, jetzt, ey, Pro-Gamer, gerade nur Pro-Gamer und jetzt hier die größten Fails. Ich hole immer n' Apfel. Was soll denn da? Was ist das denn für ein eiskalter Dieb? Der hat mir alle Äpfel geklaut. Ist das ein kleines B-Loch? Ne, 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 ne. Das geht so nicht. Direkt nochmal. So. Eins. Zwei. Ja, so geht's. So, 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 so. Ja, easy. Ui. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Der nächste Apfel soll auch für uns. Nein. Ah, ey. Ah, ganzer Glückstehner hatten jetzt nimmer, oder was? Das ist ne Kacke, ey. Ah, egal, wenn es jetzt zwei Apfel. So, ja, Freunde, ich glaube, das war das auch schon wieder mit Let's Play Granny Smith. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.